Du hörst in Fotografie im Business Podcast, Folge 14. Heute geht es darum, was du alles als Fotograf wissen solltest, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Ich hoffe, du hattest eine spannende Woche. Bei mir war gestern kreatives Shooting angesagt. Ich habe eine Make-up-Partistin getestet. Vielleicht hast du etwas auf Instagram auch gesehen. Wirklich sehr farbenfroh. War mega cool. Ich habe auch die Woche einen Einblick oder einen Lichtblick gehabt. Bei mir ist es so, ich habe viele Angebote. Ich habe Coaching, ich habe Zoom-Sitzungen, ich habe verschiedene Online-Kurse, ich habe einen Member-Bereich, ich habe Mentoring, ich habe Workshops, im Moment natürlich weniger usw. Und natürlich neue Ideen, die ich habe. Das ist ein ziemlich erfolgreich Selbstständig-Kurs, der anläuft. Es kommt ein Licht-Master-Kurs auf den Markt und und und. Ich habe gemerkt, dass es schwierig ist, wenn du verschiedene Bereiche hast, die immer aktuell laufen. Dann musst du immer bewerben, du musst immer wieder darauf hinweisen. Eigentlich muss ich sagen, ich bin ein schlechter Verkäufer. Ich verkaufe nicht gern. Ich weise darauf hin und hoffe, dass die Leute dann das auch kaufen. Und das klappt auch gut. Ich glaube, das passt so. Ich habe mir für mich entschieden, dass ich morgen, also heute am Samstag, dass ich morgen Abend meine Coachings rausnehme, meinen Master-Portrait-Kurs, der sehr erfolgreich ist, rausnehme. Ich gebe den Member-Bereich, kann man sich nicht mehr neu anmelden. Also nur die, die drinnen sind, die betreue ich. Dann gibt es einen Cut dafür, da ich mich einfach wirklich konzentrieren möchte auf die, die schon in meinem Programm drinnen sind, bis morgen Abend. Die, die noch den Portrait-Kurs kaufen, Coachings, die, die noch kaufen. Und danach ist einfach mal eine Pause. Und ich glaube, das tut gut. Dann kann ich mich wirklich immer um eines konzentrieren. Und das nächste Projekt, das er wieder ist, ist mein Erfolgreich-Selbstständigkeits-Kurs, der Acht-Wochen-Kurs, beziehungsweise Zehn-Wochen-Kurs. Und den gibt es jetzt wieder, kurz für eine Woche dann. Und das passt für mich so. Das ist super. Heute möchte ich darüber sprechen mit dir. Da geht es jetzt eher darum, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mich selbstständig machen. Ich bin auf dem Weg dorthin. Ich möchte mich vielleicht Teilzeit selbstständig machen. Und für viele, so ging es auch mir, als ich dachte, okay, ich fotografiere und ich fotografiere nicht schlecht und die Leute sind begeistert. Ich mache mich mal selbstständig. Und ich hatte aber das Glück, dass ich ursprünglich aus dem Marketing gekommen bin. Ich habe zwei höhere Fachprüfungen abgeschlossen und war, kann man ein bisschen stolz sein, also nicht eingebildet, aber stolz, ich war der Viertbeste in der ganzen Schweiz, der den Abschluss gemacht hat. Und ja, da hast du natürlich Finanzen, Personal und 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 drin, Statistik und so weiter. Ich sage jetzt, wenn man nicht aus dem Gebiet kommt und man fotografiert liebend gern und man bearbeitet gut und man fotografiert gut und irgendwann kommt der Entscheid, möchte ich mich selbstständig machen. Und wenn du jetzt im Herz oder in der Bauchgegend vielleicht das Gefühl hast, ja, eigentlich schon, und es gibt doch schon tausende von Fotografen, sehr gute Fotografen und Fotografinnen. Und es ist doch jetzt nicht die beste Zeit und die Nachfrage wird geringer. Und und und. Es gibt tausend Gründe, warum du nicht selbstständig werden solltest. Aber trotzdem mach dich selbstständig. Ich freue mich über jeden Mitbewerber, der kommt, der ehrlich und offen ist. Ich bin da. Für dich auch, auch um dich zu unterstützen. Und trotzdem musst du dir bewusst sein, wenn du den Schritt wagst. Und es ist ein Wagnis, weil du nie weißt, ja, wie wird's? Wie kommt es raus? Hast du den langen Atem? Hast du die Power? Hast du auch teilweise mal das Glück? Obwohl ich sagen muss, je härter du arbeitest, desto mehr Glück. In Anführungszeichen hast du auch. Du musst dir trotzdem bewusst sein, wenn du nur denkst, du kannst fotografieren und Bilder bearbeiten, das ist es, dann wird's eng. Sehr, sehr eng. Du musst dir bewusst sein, dass du, du musst jetzt nicht der Buchhalter werden, und du musst jetzt nicht verschiedene Buchungsarten kennen und so weiter, aber trotzdem musst du die Buchhaltung kennen und ein bisschen mögen. Es geht darum, du solltest jeden Monat mindestens wissen, hast du jetzt Gewinn oder Verlust gemacht und nicht nur auf deinen Bankkonto schauen, sondern wirklich Gewinn oder Verlust. Du musst deine Belege sortieren, du musst ein System haben, dass du das dementsprechend auch abliefern kannst im Steueramt, deinem Steuerberater oder Treuhänder, sagt man in der Schweiz. Das heißt, wichtig ist, dass du eine Ordnung hast, weil alles, was du, ich kenne einige gute Handwerker, also keine Fotografen, Handwerker, die sind so ausgelastet, bei denen läuft es so gut, aber die haben so keine Ahnung von Buchhaltung, dass teilweise, du kriegst keine Rechnung, du kriegst irgendwie so einen handgeschriebenen Zettel oder was auch immer, und das finde ich nicht sehr professionell, und ich glaube auch, dass da viel, viel Geld verloren geht, wenn man es nicht korrekt macht, weil Buchhaltung, die musst du ein bisschen wenigstens können. Du musst deine Webseite selber verändern können, du musst neue Bilder aufladen können, du musst die Texte vielleicht ändern, du musst ein Kontaktformular machen, ich sage, wenn du das eine externe Firma gibst, am Anfang, kann das sehr, sehr viel Geld kosten, und darum, wenn du eine Webseite hast, die empfehle ich dir auf alle Fälle, da gibt es auch schon eine Podcast-Folge, ich weiss es nicht, Welle, Fünfte oder Sechste, wo ich sage, was gehört überhaupt auf eine Webseite drauf von einem Fotografen, Fotografin, aber das heisst, die wichtigsten Sachen musst du auf alle Fälle selber machen können, und da empfehle ich dir ja auch in der Podcast-Folge, die ich gerade erwähnt habe, mit WordPress bist du sicher sehr, sehr gut aufgestellt. Du musst dich mit E-Mail-Marketing auseinandersetzen, ob du willst oder nicht, aber, das ist einfach meine Meinung, also es gibt natürlich andere, die sagen, als Fotograf brauchst du kein Marketing oder was auch immer, ich bin der Meinung, du brauchst auch E-Mail-Marketing als Fotograf. Du musst dich mit Branding auseinandersetzen, für wen stehst du, für was stehst du, wie trittst du auf auf dem Markt und so weiter, auch das ist ein Thema, das du als Fotograf, Fotografin kennen musst. Du musst nicht der Top-Profi sein, aber du musst Verständnis haben, was bedeutet das, was musst du dafür machen und so weiter. Du bist ein Content-Creator, klingt sehr schön geschwollen, aber es geht darum, du musst dir laufend Produkte, also laufend Bilder posten, du musst laufend über dich vielleicht was schreiben, du musst die Leute aufmerksam machen auf deine Fotografie, auf deine Art, auf deine Persönlichkeit. Das heißt, du musst immer wieder kreativ arbeiten, du musst immer wieder fotografieren, dass du überhaupt Material hast, um Neukunden zu gewinnen. Du musst verkaufen können und ich habe am Anfang ja gesagt, ich bin eigentlich ein schlechter Verkäufer, ich habe zwar eine Verkäuferlehre gemacht und ich habe auch viel, viel, ja, sehr, sehr gut verkauft auch und Umsatz gemacht, aber nicht, weil ich den Leuten was andrehen wollte, sondern weil ich einfach gespürt habe und ich höre gern zu und gespürt habe, was wollen die Leute. Also das heißt, verkaufen musst du auch beherrschen, weil wenn du Kunden hast und du verkaufst nichts, kannst du auch nicht davon leben, weil schlussendlich musst du Geld verdienen. Du musst dich selber managen, das heißt, du musst dich, es ist vor allem schwierig, wenn du wirklich 100 Prozent oder zwei, drei Tage selbstständig bist, dass du nicht denkst, okay, ich schlafe jetzt mal bis zehn und dann schaue ich ein bisschen auf Social Media herum und diese ein bisschen Bücher und das kommt dann schon, sondern du musst wirklich, du musst dich selber managen, du musst wissen, was habe ich für Aufgaben, was habe ich für Ziele, was erledige ich morgen, wie ist die Qualität meiner Arbeit und, und, und. Das heißt, du musst dich wirklich jeden Tag, ich sage, in den Arsch treten, wenn ich das so sagen darf und wirklich alles dafür geben, dass du deinen Traum leben kannst. Du musst Kennzahlen kennen, das heißt, wenn du einen Post machst und du musst erkennen, was hast du für Reaktionen, wie viele Leute müssen auf deine Webseite kommen, bis sie was kaufen, du musst deine Gewinnmarge kennen und und und, also du benötigst das Wissen mindestens der wichtigsten Kennzahlen. Du solltest dich im Bereich Social Media auskennen, was nicht bedeutet, du musst jetzt nicht, ich sage jetzt, Pinterest kennen, Facebook kennen, Instagram kennen, LinkedIn kennen, Twitter, Xing und Clubhouse und was weiß ich, sondern du musst mindestens ein, zwei Kanäle wirklich gut können, nicht alle, aber ein, zwei gut können und dort auch deine Zielgruppe dementsprechend dann anteasern und dass sie dir eigentlich dementsprechend folgen. Du wirst auch nicht darum herumkommen, dass du Werbung schaltest, das heißt, du solltest dich auskennen, wie sind mit Google Ads, also wie schaltest du Werbung auf Google, wie schaltest du Werbung auf Facebook und trotzdem so das machst, dass du nicht Geld rauswirfst, sondern dass du wenigstens weisst, okay, wie mache ich das, wie installiere ich einen Facebook-Pixel, wie muss ich schauen, dass die Zielgruppe stimmt, wie erkenne ich, ob überhaupt das etwas bringt oder nichts bringt. Es macht wahrscheinlich Sinn, dass du vielleicht weisst, wie mache ich zum Beispiel eine Landingpage, wie gestalte ich zum Beispiel ein Inserat oder wie gestalte ich zum Beispiel einen Post, also und und und, also das heißt, du musst auch im Bereich Gestaltung dementsprechend ein gewisses Wissen haben. Ich sage jetzt, alles, was ich dir jetzt aufzähle, heißt nicht, du musst nicht der Beste dort drinnen sein, aber du solltest alles, mindestens die Grundkenntnisse von allen Bereichen kennen, dass du das selber machen kannst, dass du dementsprechend erfolgreich wirst, damit, dass du dementsprechend nicht Geld verlierst und je besser es läuft, je mehr Umsatz, das du machst, desto schneller kannst du natürlich auch gewisse Sachen, wo du sagst, ach, ich poste einfach nicht so gern oder ich mache nicht gern die Buchhaltung oder ich verkaufe nicht gern oder was auch immer, dann kannst du da natürlich dann schauen, dass du dir Leute ins Boot holst. Das sind entweder Freelancer, das sind vielleicht Mitarbeiter, das ist vielleicht jemand auf Stundenbasis, ein digitaler Assistent, was auch immer, aber wenn du am Anfang stehst, bin ich der Meinung, solltest du wirklich alles auch selber machen, bis du wirklich Geld verdienst, das heißt, nicht nur Umsatz machst, sondern einen Gewinn machst. Umsatz machen ist das, ist wahrscheinlich einfacher, als wieder Gewinn machen. und auch hier geht es darum, dass du auch eine Planung hast, dass du für dich auch selber sagen kannst, okay, ich möchte mich selbstständig machen oder ich bin schon ein bisschen selbstständig und möchte erfolgreicher sein. Du musst dir Ziele setzen, du musst dir die Tage planen, du musst wissen, was möchtest du erreichen. und auch hier solltest du einfach für dich auch herausfinden, was hat für dich vielleicht erste Priorität oder zweite Priorität oder dritte Priorität. Und klar, die Buchhaltung, kannst du sagen, okay, das kann jetzt zwei, drei Monate, kann ich das auch mal in eine Schublade geben und mache das dann. Ich empfehle aber jeden Monat sicher, aber auch bei meinem Mentoring, bei meinen Coachings. Du solltest wissen, wie du deine Webseite gestaltest, du solltest wissen, wie du deine Webseite voranbringst, das heißt Google SEO, das heißt, dass man dich auf Google auch findet, ohne dass du teure Werbung bezahlst, das heißt, dass du die wichtigsten Tricks kennst, dass du weißt, wie kannst du Bilder umbenennen, dass du weißt, welche Ladezeiten hat deine Webseite und und und. Also gibt es extrem viele Varianten, die du wissen solltest, meiner Meinung nach wissen musst. Und es ist mir klar, dass du jetzt sagst, okay, ich bin der Fotograf, ich möchte Fotograf, Fotografin sein und ich möchte auch nicht das alles machen, was du mir hier aufzählst, lieber Peter, aber glaub es mir, ohne mindestens diesen Punkt, den ich dir jetzt aufgezählt habe, ist meine Meinung, wirst du nicht langfristig erfolgreich sein. Weil du musst alles von diesen Punkten, und ich habe jetzt wirklich nur die wichtigsten mir aufgeschrieben, da gibt es noch zig, zig andere, das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, wichtig ist auch, wie betreust du deine Kunden, wie schaffst du es, deine Bestandskunden eigentlich zu Zusatzverkäufen heranzubringen, wie machst du das mit Kundenempfehlungen, nun und nun, so gibt es ganz, 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 ganz viele andere Bereiche noch, auf die ich aber jetzt nicht eingehen möchte. Es ist einfach zu viel, und ich möchte dich ja nicht schockieren, sondern ich möchte dich ja motivieren, wirklich den Schritt zu wagen, weil es gibt nichts Schöneres, wie Fotograf zu sein. Also, wenn nur ein Funken von dir im Herzen sagt, ich will das machen, dann probiere alles, ich glaube, du bereust es, wenn du es nicht wenigstens versucht hast, und ich glaube, wenn du dir zu Herzen nimmst, was ich dir jetzt gesagt habe, dann hast du wirklich gute Möglichkeiten, von dem her. Jetzt, wenn du auch vielleicht denkst, okay, Peter, verstehe ich, ich sehe, dass ich das und das alles wissen muss, jetzt ist aber immer die Frage noch, ja, wie lange geht denn das? Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mich selbstständig machen, in zwei Monaten, in drei Monaten, in einem Jahr, in zwei Jahren, wie lange brauche ich dann überhaupt, dass ich überhaupt mich selbstständig machen kann? Und hier ist es so, da habe ich ein Webinar, wo ich zu dem Thema mache, ist ein Gratis-Webinar, und da geht es mir darum, dass ich dir in dem Live-Webinar einfach mal aufzählen möchte, oder präsentieren möchte, wie viel Zeit benötigst du wirklich, bis du dich selbstständig machen kannst? Das heisst, dass du dir selber, ich sage dir, zu welchem Thema du ungefähr, wie viel Zeit investieren musst, das heisst, wie viel Zeit brauchst du zum überhaupt, ein richtiges Portfolio zum Aufstellen, wie lange brauchst du für gewissen Dienstleistungen aufzustellen, und so weiter. Das heisst, ich zeige dir einmal wirklich, wie viel Zeit brauchst du, und zeige dir dann aber auch, oder erkläre dir dann auch, wie du es dir, für dich jetzt, für dein Leben, für deine Freizeit, für deine Zeit, die du zur Verfügung hast, ausrennen kannst, wie lange du benötigst, bis du sagen kannst, okay, so lange geht es, bis zum Tag X, wo du dich selbstständig machen kannst. Und da habe ich zwei Termine, einmal am 25. März, am Abend am Albach, das ist ein Donnerstag, und am Samstag, am 27. März, am 11. das ist ein Samstag, wo du dich ganz einfach eintragen kannst. In den Shownotes habe ich einen Link drin. Trag dich ein, sei dabei, kannst du mir auch danach dann noch Fragen stellen, allgemein über die Selbstständigkeit als Fotograf, Fotografin. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und wenn du sonst Fragen hast zum Thema, wie du es jetzt selbstständig machen kannst, auf was du achten musst, schreib mir ein Mail. Ich helfe dir extrem gern, dass auch du den Weg in die Selbstständigkeit schaffst. Mir hat das geklappt und wusste auch nicht, kann ich es, kann ich es nicht, werde ich es schaffen. Also ich hatte sehr, sehr viel Bauchweh, als ich meinen Top-Job in der Migros, also meinen Lieblingsjob, der war ein Traum, aufgegeben habe und mich als Fotograf selbstständig gemacht habe und mache jetzt siebenstellige Umsätze, nur, ich sage jetzt nur mit der Fotografie und von dem her, also ich und mein Team natürlich, nicht ich alleine und von dem her bin ich fest der Überzeugung, dass man wirklich als erfolgreicher Fotograf immer noch leben kann davon, seine Familie nähern kann. Aber es ist sehr härter geworden, es gibt viel mehr Konkurrenz, aber wenn man den richtigen Weg geht, die richtigen Schritte geht und nicht 100 verschiedene Umwege macht, dann geht es wirklich gut und schnell und vor allem dauerhaft. In dem Fall wünsche ich dir ganz, ganz schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und tschüss und ciao. Bleib gesund und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.